aber ich muss sagen so ein bisschen hier zu machen es ist mir zu nah das ist mir zu nah so 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 jetzt machen wir ein bisschen Phasen dazu hier muss ja wohl noch ein bisschen Scheiße da muss ja wohl ein bisschen was reingehen ey willst du mich verarschen aber das reicht jetzt langsam mal ich möchte nicht so viel zu basteln das muss ja auch alles wieder ausbasteln das ist das Problem ach was ist denn hier Gartenbereich oh noch einen nur noch einen einzigen nur noch einen einzigen I hope I am you will say leave a journey you will you will you will you will you will you will it's time for us to you will 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 jetzt was der eine Balken bitte sag mir erst was der eine Balken ist dann habe ich die Hälfte jetzt mit hohem Gras gemacht dann müsste mich eigentlich ein Pinata ja hat gereicht gut das heißt es müsste sich demnächst mal ein Pinata melden ein neues das ist 50% und jetzt mit hohem Rasen ausgestattet ach du scheiße äh aber da aber immerhin kommen wir jetzt mal ein bisschen Kohle ran wieder ja ne das ist viel riesig ey vor allem der Kopf lege hin und sie einfach mal zurück ja ich habe auch noch keinen von denen gesehen wo ich das jetzt ausgemacht habe oder kommt da generell keine ist eigentlich nur rüpel wenn das hier steht das eigentlich nur rüpel mit gemeint sogar die ganze zeit weißt du will ich auf die 100.000 kommen ich schaff's nicht weil ich immer hauptsächlich kohle ausgebe dann in dem moment wenn ich kurz davor bin und dann ist wieder eine zeit wo ich dann hauptsächlich kohle rein kriege und nichts ausgebe und ich schaff's trotzdem nie merkwürdig sehr merkwürdig das ein notfall seit kurzem werden immer mehr pinatas veranstaltend party zu anstatteln wir brauchen dringend mehr bin ja das hilfe zu kommen wir brauchen ein einzelner ist am besten eins von den wertvollen ja ex ist es noch ein pen müsst euch gedulden ich würde eigentlich auch nicht so schlecht aus also so ein bisschen enger jetzt für die gänse hier es kommt noch ich bin immer der meister garten etwas zu klein ist ein bisschen größer machen können apropos größer machen können steht ja wieder hier gott eins zwei drei ich sehe immer nur vier es ist scheiße 1 zwei drei vier also jetzt mal machen werde und der ist hallo dingo jena kandari jena das ist kandari dingo kandari 13 kandari 12 dingo 13 und 12 jena dingo kandari 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 11 12 13 dingo kandari Das ist 14. Na, ich hab meine 5. Ich hab sie alle zusammen. Aber das Bazing will einfach nicht kommen, ey. So, dann haben wir jetzt nochmal. Boah, wie ich mich meinen Kater gerade angucke, ey. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder einen Namen geben. So. So, er ist wieder am Start. Unser geliebter Onkel Pedro Titten-Tar-Kerl-Tar. Der Scheiß-Tar-Tar. Der Tom ist Tau. Tau den Volltertut. Tapput. Das wäre voll... Das... Der... Toll... Teiße... Te... 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 würde ich war kurz nicht das machen müsste 50 tschüss axios ist draußen du bist nicht exes du bist exes du bist exes raus da sofort schweinepriester faules stück angefertigt arbeiten ich kann die nicht aussehen ich kann die nicht warum nicht jetzt gehts endlich jetzt müssen wir uns auch sagen wer bist du denn ich kann die sorgen machen dass er jetzt nicht mehr zurückkommt weil jetzt hat er ja nur die möglichkeit zurückkommen zu können aber ich habe jetzt hier mehr als 50 prozent rasen aber ich habe jetzt 50 prozent rasen aber von diesem anderen pinata ist weit und breit nichts zu sehen wir haben sogar einmal ein pinata zu früh entdeckt das ist das ist ein horn das wird eigentlich noch gar nicht auftauchen das hat man aber schon gesehen ich habe extra gefragt was zum feck ist das denn es ist nur noch bei das ist verlaufend das ist nur verlaufend das ist sick Da haben wir ein bisschen mehr als 50%, vielleicht muss es auch mehr als 50% sein. Ich weiß nicht, es verliert sich ein bisschen Rasen dadurch, dass sie sich selber einpflanzen. Aber scheiß da unten ist mal drauf. So, jetzt haben wir mehr als 50% Rasen, hoffe ich doch zumindest mal. Oh, dann geweiht nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5 und die sechste haben wir auch zur Hälfte. 7, 8, 9, 10, ja. Wir haben mehr als 50% jetzt hohes Rasen, hohe Rasen. Ergo, es müsste jetzt auch mal was kommen, aber wir können jetzt mal wieder ein bisschen abreißen dadurch. Auf achten, dass wir gleich noch genug Rasen haben, wenn ich jetzt nicht zu viel abbaue. Okay, dass die Schwananas sich weiter noch hier wohlfühlt. Dann noch mal im Schlaumbuch gerade mal nachgucken, sicher ist sicher. Ja, passt so, nehmen wir, gekauft. So, wir haben auch keinen von denen jetzt reinbekommen hier, wo ist er denn, der Affe? so, ist gerade aufgewacht. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Jetzt müssten langsam mal wirklich komplett neue Pinatas mal auftauchen, ansonsten haben wir langsam echt ein Problem. Hier, wo ist mein böses Ich? Müsst ihr das Ich verkaufen, ey? Tja, dieser Affentyp ist noch nicht gekommen. Barseng habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Dann fragen wir noch mal ein bisschen, ich glaube, wenn wir hier mal ein Fort Hatch noch machen. Was braucht der denn? Licketode gefräsen. Weißt du was? Lass uns noch mal ein Fort Hatch jagen. Kostet wahrscheinlich 6.000, 7.000, ey. Das kostet viel zu viel, Alter. Viel zu viel. Das ist ja fast günstiger, sich nochmal selber eins zu machen, aber jetzt habe ich schon so einen Zumbug. Alter, ein geiler Gugu, einfach mal 9.000, Alter. Was geht denn mit dir? Im Fort Hatch könnten wir noch mal, im Fort Hatch könnten wir noch mal schöne Erfahrungspopel kriegen. Tauungsblüten. Kostet hier nur die Hälfte, dauert aber ewig so lang. Ah, scheiß drauf. Lass uns mal ein Fort Hatch jagen. Lass uns mal ein Fort Hatch über Hausung schon mal basteln. Ne, ohne da liegt es bestimmt nicht. Glaub mal, Frühaufstehen ist nie eine Lösung. 1980, da war noch gute Musik. Lass uns mal ein Flieg. Ähm, wo haben wir den Astjanz jetzt? Alter, Schäger. Ich will erst darauf gleich das neue Haus bauen, weil mir hat das mit diesem Dreckding nicht mehr gefallen. sieht scheiße aus. Hier könnte man noch so zwei, drei Felder noch da in diese Richtung gehen. Hier ist auch noch für zwei, drei Felder Platz. Ah, hier könnte es ein bisschen länger werden, aber das ging ja auch noch. Und hier ist, naja gut, hier geht es gleich schnell nach oben. Hier in diese Richtung eher schwieriger. Kramp ist nicht zu Tode. Danke. Danke. Scheiß Basen, komm jetzt her. Oh, eine Diamanten hat er am Stessel hier. Ja. Immer so viel, gar nicht mal so wenig. Wir könnten ruhig ein bisschen mehr geben, die Diamanten. Ja. Du kannst dich kommen. Ja. 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 Ich mache jetzt die Schlangen. Ich mache das jetzt nach so viel. Danke. Geh.